Liebe Freunde des Waldes, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier bei mir auf Jovis Wald. Ja, es hat sich viel getan in den letzten Wochen und Monaten, nach und nach werdet ihr davon mehr zu sehen bekommen und zu hören bekommen. Heute wollen wir im neuen Studio einmal ein Video filmen und uns mit dem Thema der Zukunft auseinanderzusetzen. Was muss in einem Wald für eine nachhaltige Forstwirtschaft passieren? Es gab dazu die letzten Jahre und auch die letzten Monate immer wieder viele Diskussionen und ich habe mir da auch vor einiger Zeit schon mal viele Gedanken gemacht und die möchte ich euch heute mal in dem Video so ein bisschen in Kürze vorstellen. Ich versuche mich zu beeilen und dabei nichts zu vergessen. Ihr findet tatsächlich einen Blogartikel zu dem Video in der Videobeschreibung und auch in den Kommentaren. Da könnt ihr dann das Ganze nochmal tatsächlich in gänzlicher Länge auch betrachten. Ja, mir geht es immer darum, dass wir Chancen nutzen und die Waldkrise damit abwenden können. Jede Krise ist natürlich schwierig, kommt mit Problemen, aber gleichzeitig ergeben sich auch neue Chancen. Und um diese Chancen geht es mir eigentlich, dass wir jetzt die Schwierigkeiten nutzen, die wir gerade haben, um eben aufzuräumen, um eben auch einen Neustart oder eine Verbesserung der Dinge herbeizuführen. Und so möchte ich euch heute einmal meinen Wilhelm-Pfeil-Pfeil-Plan, die 10 Punkte für einen besseren Wald von morgen eben vorstellen. Warum heißt das Ganze Wilhelm-Pfeil-Plan? Ja, mir geht es ja immer so ein bisschen um die Arbeitspferde, um Bodenschutz. Mir geht es um den Waldschutz und die nachhaltige Nutzung und die nachhaltige Idee der Waldnutzung eben auch. Und da ist es wieder interessant, der Wilhelm-Pfeil ist schon vor 200 Jahren ein namhafter Forstwissenschaftler gewesen und hat eben auch zu seiner Zeit tatsächlich die Forstwirtschaft kritisiert und hat da versucht, eben das eine, was er kritisiert, auch besser zu lehren. Also er war auch in der Lehre unterwegs und hat sich da besonders für den Waldbau eingesetzt in Kombination mit dem Bodenschutz. Und das ist natürlich wieder das spannende Thema, was bei mir dann immer wieder aufkommt. Waldbau geht mit Bodenschutz. Und ja, das ist so ein bisschen die Inspiration und der Namensgeber für meine 10 Punkte. Und ich steige gleich mal ein mit euch. Der erste Punkt ist tatsächlich der Waldumbau an sich. Es ist ein viel diskutiertes Thema. Es gibt viele Meinungen und Ansichten dazu. Oft wird dabei über die potenziell natürliche Vegetation gesprochen, kurz PNV. Darüber hinaus wird viel über die Baumartenwahl diskutiert. Und da, wer meinen Kanal schon länger kennt, setzt sehe ich mich tatsächlich für eine kreative Baumartenwahl ein, die sich nicht auf die vergangenen Standortlichkeiten beschränkt, die auf vergangene Baumarten zurückblickt, sondern auf das, was uns der Boden aktuell heute sagt, mit in Kombination mit der Erwartung vom Klima, von der Klimaveränderung. Da müssen wir hinkommen zu Gemischwäldern, die eben klimaresilient sind. Das bedeutet, sie werden auch den Klimawandel überstehen. So ist die Hoffnung und so ist die Absicht. Ja, das ist so der erste spannende Punkt. Als zweites geht es mir darum, dass eben auch diese neuen Bestände, die wir anlegen im Waldumbau, dann auch pflegen. Und das ist was, was ich immer wieder sehe, dass wir unsere Waldbestände oft vernachlässigen, was die Pflege angeht. Denn, ja, jede Baumart braucht unterschiedliche Voraussetzungen und unterschiedliche Pflege. Wenn wir jetzt eine Lichtbaumart haben, wie die Lerche oder die Eiche, dann braucht die viel Licht im jungen Stadium. Das bedeutet, wir müssen da auch sehen, dass die Birke, die Kiefer und andere Baumarten, die sehr wuchsstark sind als Pionierbaumart, eben nicht unsere Eichen und Lerchen verdrängen über Zeit, sondern dass wir da eben managen, dass wir eben die Pflege machen und so tatsächlich auch einen Mischwald herbeiführen. Und das ist kein passives Abwarten, sondern das ist besonders bei der Pflege, besonders bei Jungbeständen, besonders bei neu angelegten Beständen eben wichtig, dass wir die Pflege schaffen für eine gesunde Forstwirtschaft, ja. Punkt 3, weg vom Maschinenwald. Das ist natürlich jetzt ein scharfer Kampfbegriff. Ich finde es immer wieder wichtig, tatsächlich auch zu betonen, dass ich jetzt nicht glaube, dass wir komplett die Maschinen im Wald verzichten können und verzichten werden. Wichtiger ist es allerdings, dass wir verstehen, dass der Wald an erster Priorität steht und dass, wie wir den Wald bewirtschaften, sollte an zweiter Priorität stehen. Das bedeutet, wir müssen nicht unsere Wälder hin zur Bewirtschaftung orientieren, sondern wir müssen unsere Wirtschaftung den Wäldern vor Ort anpassen. Und wir müssen dabei eben darauf achten, welche Möglichkeiten wir nutzen können und zu nutzen haben. Und da gibt es eben auch wieder so interessant, deswegen Wilhelm Pfeil ist da so ein bisschen Namensgeber und Inspiration für diese 10 Punkte auch mitunter, weil tatsächlich er sich auch dafür eingesetzt hat, dass wir von dem arbeiten, wo wir eben, was wir im Boden haben, also von der Standörtlichkeit her kommen. Da gibt es auch weitere Forstwissenschaftler, die da sehr stark sich für die Standörtlichkeit eingesetzt haben. Aber diese Standörtlichkeit haben wir heutzutage etwas vergessen in der Waldbewirtschaftung. Im Waldbau ist das die Tagesordnung und das Thema schlechthin. Und da, wie wir dann tatsächlich an das Holz kommen, wie wir die Waldarbeitslehre umsetzen, da sind wir auf einmal sehr schmal geworden. Und die Wälder müssen sich doch bitte aber der Waldarbeit unterstellen. Also diese Idee kann ich nicht nachvollziehen. Die Wälder müssen weiterhin und müssen erst recht jetzt hin sich als erste Priorität ergeben. Und dann müssen wir die Walderschließung und die Waldarbeit, wie wir die Dinge dann klären, müssen wir dem Ganzen dann unterordnen. Vierter Punkt ist tatsächlich für mich wieder der Anfangspunkt. Wir müssen Bodenschutz machen und wir müssen da aktiv werden und wir müssen auch uns aktiv für den Boden einsetzen. Und dann auf der einen Seite bedeutet es, die Forschung zu betreiben. Es bedeutet, den Boden zu pflegen, auch zu gucken, wie können wir das Bodenleben anregen. Das ist besonders jetzt, wo wir viele Schäden im Wald beobachten, wo die Trockenheit um sich greift, müssen wir uns dafür stark machen, dass wir wieder mehr Wasser auch im Boden halten können. Und dafür müssen wir überdenken, wo wir Rückgegassen anlegen, wie viele Rückgegassen wir anlegen und was das eigentlich im Folgenden alles bedeutet. Und so muss tatsächlich der Bodenschutz nochmal deutlich stärker auch mit Hinblick auf das Produktionsmittelboden geschützt werden. Also ich will ja nicht den Boden um des Bodenwillens schützen, sondern ich will den Boden um des Waldwillens schützen. Denn wir können nur da, wo gesunde Böden sind, auch gesunde Wälder erziehen, die uns dann wiederum gesundes Holz geben, das wir am besten verarbeiten können. Nur Krummwuchs bringt uns in der Holzindustrie auch nichts. Also müssen wir sehen, dass wir starke Böden haben, um einen starken, gesunden Wald zu entwickeln. Ja, daraus anschließend, und das klingt schon immer wieder so ein bisschen mit, Punkt Nummer 5 ist die Kombination aus Waldbau und Waldarbeit. Das ist glaube ich tatsächlich mit eins, wenn ich jetzt so meine ganzen Themen überblicke, mit eins der Punkte, die mich ja immer weiter antreiben, dass wir tatsächlich deutlich ambitionierter an die Sache rangehen, den Waldbau mit der Waldarbeit zu vermengen. Historisch war es gar kein Problem. Historisch war das nämlich so, dass die, die den Wald bebaut haben, meistens auch den Wald bewirtschaftet haben. Da die Waldarbeiter meistens im eigenen Forstamt tätig waren, meistens im eigenen Forstrevier tätig waren, konnten sie so auch tatsächlich die Waldentwicklung in allen Maßstäben mitbekommen. Heutzutage haben wir es aber so, dass der Waldbau meistens vom Förster noch gemacht wird, und das ist wichtig und gut, aber dann die Waldarbeit ausgeschrieben wird, vergeben wird und da gar keine Sensibilisierung mehr dafür da ist, wie sich der Wald tatsächlich entwickelt, sondern es geht eigentlich nur noch darum, der Waldarbeit muss jetzt das und das machen. Aber das ganze große Bild, was der Waldbau eigentlich hat, was die Stärke des Waldbaus ist, die wir daraus gewinnen können, überträgt sich nicht in die Waldarbeit. Und das hat zwei Ebenen. Also die eine Ebene ist, dass das Ganze entkoppelt wird, dass sozusagen die Unternehmen gar nichts mehr mit dem Waldbau so richtig zu tun haben und dass da auch keine Überlappung mehr so richtig geschieht. Und auf der anderen Seite ist die Waldarbeit sehr eindimensional geworden, welche Möglichkeiten und Methodiken wir haben, tatsächlich den Waldbau auch zu unterstützen. Und das ist, finde ich, das Faszinierende. Wir können mit der Waldarbeit vieles vom Waldbau tatsächlich auch beeinflussen und verbessern. Und dadurch, dass wir kreativ in der Waldarbeit werden, können wir dem Waldbau viele Dinge erleichtern. Und so sind diese zwei Fachgebiete häufig sehr abstrahiert und entfernt voneinander, haben immer wieder versucht, so ein bisschen über den Zaun zu gucken. Aber ich fände es wichtig, dass wir dadurch eine Kombination mehr und mehr auch wieder zueinander hinschaffen. Der sechste Punkt, und da sind wir schon bei der zeitlichen Perspektive, die Forstwirtschaft muss wieder langfristige Gewinnbetrachtungen einführen und darf kein Spekulationsobjekt mehr sein. Wir müssen auf der einen Seite zusehen, dass wir langfristig Wälder etablieren und da sind wir in Deutschland ja schon international auf einem sehr guten Weg. Allerdings ist das in Deutschland auch so, dass Wald oft als Spekulationsobjekt gekauft wird, weil gesagt wird, ja, das ist ja mehr und mehr Wert dann irgendwann. Aber wir müssen eben sehen, dass tatsächlich auch regional gehandelt wird, dass wir die Wälder eben auch immer weiter unterstützen darin, mit der Zielsetzung nicht schnelle Gewinne zu machen. Als Spekulationsobjekt zu sagen, hey, wir kaufen den Wald jetzt und in fünf Jahren hat er Mehrwert und so weiter, sondern wir müssen uns gucken, dass wir tatsächlich nicht nur sagen, hey, wir haben jetzt so und so viel Holz, holzen wir ab, nehmen wir mit und dann machen wir es andersrum, ja, forsten wieder auf. Also wir müssen sehen, dass wir einfach wieder eine Langfristigkeit reinbekommen in die Forstwirtschaft, die jetzt so ein bisschen verloren gegangen ist. Punkt Nummer sieben. Multifunktionalität muss wieder stärker auch in den öffentlichen Wäldern vorhanden sein. Wir müssen wieder sozial, ökonomisch und ökologisch denken. Dabei ist die Herausforderung eigentlich nicht die, dass wir Wälder haben, die alles machen, in dem Sinne, dass wir Wälder haben für die Erholung, wir haben Wälder fürs Holz, wir haben Wälder für den Schutz, sondern wir müssen sehen, dass wir tatsächlich auch eine Dauerhaftigkeit der Dinge hinbekommen. Da sind wir wieder bei der Langfristigkeit, das habe ich auch schon in einem anderen Video angesprochen, wo ich mal versucht habe zu erklären, was eigentlich die Nachhaltigkeit, die Pyramide der Nachhaltigkeit ist. Könnt ihr euch gerne auf meinem Kanal auch angucken, aber es muss wieder so ein bisschen mehr ein vermischtes Gemeinsam für den Wald sein und darf nicht sein, dass wir sagen, wir machen nur Schutz, nur Nutzung. Weil dann sind die Flächen, die nur Nutzung haben, das ist auch keine nachhaltige Nutzung mehr, weil dann müssen die ja für den ganzen Ausfall der anderen Flächen auch aufkommen. Und in den anderen Flächen haben wir teilweise ja gutes Holz, was wir nutzen könnten, was wir dann aber nicht mehr nutzen dürfen. Und ich finde es einfach schwierig zu sagen, naja, Wald muss entweder geschützt oder genutzt werden. Es muss ein schützendes Nutzen sein, weil das ist ja der große Unterschied, den wir zur Landwirtschaft haben, dass wir eben nicht in einjährigen Perioden denken. Dass wir nicht ein Jahr im Frühjahr was sehen und im Herbst ernten wir das dann, sondern der Wald kann ja die ganzen Jahre genutzt werden für die Erholung. Dabei ist die Erholung tatsächlich das, was häufiger im Wald auftritt, als tatsächlich die Forstwirtschaft. Die Holznutzung, die ist zwischen sechs und zehn Jahren in jedem Bestand mal drin. Da gibt es natürlich unterschiedliche Härten dann und da kann man dann auch drüber diskutieren. Aber die Holznutzung ist tatsächlich gar nicht so aggressiv, wie man es immer so meint. Sie tritt aggressiv auf, im ersten Blick vielleicht, so direkt nach einer Maßnahme, aber es ist tatsächlich viel weniger zu sehen oder los tatsächlich. Ja, der achte Punkt ist, gesellschaftlich müssen wir tatsächlich eine Veränderung anstreben. Und das bedeutet, wir müssen wieder mehr dahin kommen, dass wir auf der einen Seite die Ökosystemdienstleistung, die Gemeinwohlleistung des Waldes anerkennen und auf der anderen Seite müssen wir auch versuchen, die Holznutzung tatsächlich auch am Leben zu erhalten und auch nach außen hin zu vertreten. Das bedeutet auf der einen Seite natürlich Öffentlichkeitsarbeit, dass die Forstwirtschaft auch hinter die Kulissen blicken lässt und auf der anderen Seite bedeutet es auch das aktive Daraufzugehen auf die Einwohner, Bevölkerung, auf unsere Gesellschaft, dass wir uns einladen, doch wieder mehr auch den Wald zu gehen, zu besuchen, zu berühren. Und da einfach dann auch den Wald wieder kennenzulernen. Und das ist, glaube ich, so auf der einen Seite die Schwierigkeit, dass die Forstwirtschaft schwierig Öffentlichkeitsarbeit macht und auf der anderen Seite, dass die Verbindung zum Wald sich mehr und mehr verändert, aber auch mehr und mehr distanziert. Und das ist, glaube ich, da die Herausforderung, die ich gerne angehen möchte und dass wir tatsächlich da auch wieder aktiver mit dem Wald arbeiten. Das ist auch mit einer der Punkte, warum ich den Kanal hier gestartet habe. So, Punkt Nummer 9, wir müssen hin zu einer nachhaltigen Holznutzung. Das muss auf der einen Seite sein, dass wir nachweisen können, wo wir unser Holz herbekommen. Da gibt es sicher über die Holzzertifizierung viel zu diskutieren und viel zu berichten. Diese Holzzertifizierung muss sich aber weiterentwickeln. Sie kann nicht da stehen bleiben, nur weil es bisher so geklappt hat, muss es auch weiter so gehen, sondern da müssen konstinuierlich höhere und bessere Ansprüche gefunden werden, dass tatsächlich sich die Holznutzung auch immer weiter herausfordert und herausgefordert sieht, eben auch nach außen hin den Rohstoffholz tatsächlich auch gut zu nutzen. Dann müssen wir auch uns überlegen, wie können wir das Holz tatsächlich mehr und mehr in eine Kaskadennutzung überführen, also mehrschichtig nutzen. Das sind alles interessante Herangehensweisen, die wir entwickeln müssen, um tatsächlich auch mit dem Holz besser umgehen zu können. Punkt Nummer 10 ist die Nutzung vom Rohstoffholz verstärken. Also das geht so ein bisschen Hand in Hand mit der nachhaltigen Holznutzung. Punkt Nummer 9 hat allerdings nochmal den Punkt, dass wir tatsächlich auch in der Folge nochmal weiterdenken. Was ich eben schon angesprochen hatte mit der Kaskadennutzung, muss noch weitergehen, dass wir tatsächlich über Recycling nachdenken und wie wir das besser umsetzen können, wie wir tatsächlich auch im Bauobjekt ein Holz nachhaltig einbringen können. Da gibt es viele Möglichkeiten, da gibt es innovative Ideen und Ansätze, die jetzt tatsächlich in der Forschung und Entwicklung da vorangetrieben werden müssen. Also die nachhaltige Holznutzung, Punkt 9, ist eher ein Punkt der Holznutzung im Wald direkt und die Punkt 10 ist tatsächlich dann noch der Punkt, mehr ein Appell auch an die Forschung und Entwicklung zu sagen, wie können wir jetzt tatsächlich das Holz, was wir nachhaltig geerntet haben im Wald, noch besser auch in die weitere Nutzung überführen darüber hinaus. Ja, zu guter Letzt noch ein Appell an uns alle und da muss ich mich auch selber immer wieder mit reinbeziehen. Waldschutz geht uns alle an. Wir müssen uns darum kümmern, dass wir eben miteinander im Dialog bleiben über den Wald. Das ist auch mehr und mehr zu einem Credo von meinem Kanal geworden. Ich möchte gemeinsam eben auf die Suche gehen nach einem nachhaltigen Wald oder gemeinsam mich für einen nachhaltigen Wald einsetzen. Gemeinsam bedeutet eben so mit euch zu Hause, die ihr jetzt dieses Video seht, mit einer Community möchte ich das gerne angehen. Weil es wichtig ist, dass wir nicht Einzelne sind, die verloren dafür einen Wald uns einsetzen, sondern dass wir uns tatsächlich dafür einsetzen und zwar gemeinsam. Und das können wir gerne diskutieren. Es gibt sicherlich andere Ansätze, es gibt andere Ideen, wie Wald genutzt werden kann, wie Wald aussehen soll. Das ist alles spannend und ich bin da gerne im Gespräch, aber wir müssen tatsächlich auch ansetzen und das aussprechen. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Es ist tatsächlich länger geworden, als ich erwartet habe. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr den Kanal tatsächlich noch nicht abonniert habt, lasst doch gerne ein Abo da. Ich bin gespannt auf unsere zukünftigen Gespräche und freue mich aufs Nächste.